Für den Deutsche Meister, Erwin! Bei Stauder Alkoholfreien kann man die Pulle zumachen? Ja, natürlich. Anschluss wird weiß ausgeführt, ne Sascha? Ja. Aber er kommt nicht durch, wegen Ganon. Jetzt läuft er noch mal 20 Meter vor. Werft er zu Wonic? Wonic! Kommt durch? Nein, kommt nicht durch. Nichts. Nehmt mich mit, nach 5 Minuten kann man mitnehmen. Alles Sascha? Wenn er mal so wird. Wenn er mal einen spaßigen Tag beim Kommentieren. Erhoffen wir mal. Wenn er einen spaßigen Tag macht und so. Weiß er noch nicht, was jetzt hier so passiert. Genau! Nachher endet dann 5-1 für Aue oder so, Alter. Dann wird er nicht spaßig. Ne. Würde nicht spaßig werden, ne. Ich habe versucht extra dicht zu machen, ne. Hast du gemerkt? Den habe ich versucht extra dicht zu machen, ne. Hast du gemerkt? Das bringt ja trotzdem nichts, ne. 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 Du kommst nicht. Ne. 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 Einfangen gebürselt. Ihr habt bezahlt. Ihr habt bezahlt. Ihr könnt entschaffen. Nein. Das wird die Michelle jetzt auch sagen. Du Idiot. Die waren gut antizipiert, ne Sascha? Ja. Ich fühl immer noch wie damals. Hat die gerade dann abgeklemmt oder war das los? Ja, was ist das schon? Du, ne? Hat der Neutz ja nicht noch gehabt? Das hat eine Chance. Alter, der ist doch gar nicht mehr da hingegangen, der Vogel. Ja. Hat er den, glaube ich. Boah. Was ist das schon mit dir? Weiß ich nicht, ne? Du bist ein Kopfschmerz, wo die Internetleitung hängt. Naja. Äh, im Erzgebiet ist halt nicht, äh, gerade Glasfahre für mich, ne? Ach so. Offen gebieren, ne? Nein, jetzt besser. Die steht mir im Kopf. Aber richtig, äh, dreckig, ja. Äh, da war Zauber. Ganz klar, direkt rote Karte. Ja, ja, Sascha. Übel, ne? Habe ich doch gesehen. Habe ich doch gesehen. Der einzige Ziel war dann, den Gegenspieler zu verletzen. Ja, Foul, rot. Ja, da war nix. So sagt man, hallo in Aue. Ah, nein, nein, nein. Gut. Und wie ich da einfach durchspiele bei dir. Wie war mit Messer durchbuttert. Jetzt soll noch mit zwölf Spielern kommen. Das sind ja auch nicht. Ja? Ja. Das war gut, Sascha. Ja, das habe ich dich überhützt. Ich meine, der Schuss hätte direkt reingehen müssen, ne? Da hat er aber gewollt. Aber sowas von. Ach. Was sollst du denn hochspielen, ne? Ja, hättest du mal machen sollen, ne? Hättest du mal ein Profi wie mich gefragt, hätte ich dir gesagt. Fahr doch nix! Schieb! Rote, rote Karte. Jalalala. Hat der Tor, hat der Schiri sich aber einholen lassen von Rios? Schiri. Schiri hat die Glatze schön. Schiri hat die Glatze schön. Das war nichts, aber das war sowas von sauber, das war ein Trauer von dir jetzt. Wunderschöne Grätsch und dann sowas. Ja, genau, Schiri. Geil. Nö. 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 Das ist unglaublich. Kannst du überhaupt. Ach, Obos! Ein Schuss, kein Tor, der Obos! Ich wurde gerade mal fett abziehen, das ist nicht normal, das ist nicht normal, das ist nicht normal. Fällt halt los und lasst dir seine Buchse oder was? Nein, 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 nein. Das ist doch nicht, echt nicht. Das ist doch nicht. Das kann man zählen, seine Schwung ist. Das ist nicht normal, ja. Ich kann weitermachen. Ja, gib das. Ohne Schei hätt's mal einstehen müssen. Durch mich wäre auch schon drin gewesen. Genau, Sascha. Wäre, wäre Fahrradkette, wie gesagt, bei Luther Matthäus und so. Boah, hey, Vorteil, den hätte ich doch noch gehabt. Hä, der stand doch gerade. Der Fuß ist gebrochen, Sascha, der muss ausgewechselt werden. Den muss gar nichts geben. Keine Karte, nix. Ne, doch, gelbe Karte, so wie noch. Machen wir jetzt direkt. Machen wir direkt. Nein, natürlich nicht. So, jetzt aber. Nö, 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 nö. Nein, 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 nein. Easy, ey. Ein paar Kunden von mir. Hat es noch nicht rausgefunden, da war mit R2 auf die Latte, wo er da rumfand. Ja, ja. Ich habe schon gemerkt, Sascha. So machst du das also auf R2 drücken oder egal? Ne, so wie du das auch sagst, war das nicht gemeint. Warte. Halt mal raus. Oh. Ach, macht aber nichts. Ich glaube, ich muss wechseln. Was ist passiert? Ich muss wechseln, hast du Angst, wenn ich jetzt in der Druckphase komme und dich fertig mache? Okay. Wir versuchen das mal so. Und die Angst habe ich auch nicht, aber sowas schon nicht. So. Ich wechsle mal 3 ein, Sascha. Das ist ganz neu jetzt hier in einem Spieltag. Das ist 3 Stunden auswechselnd gleichzeitig. Was ist richtig? Ja, da wird wohl auch sein. Oh, der Beuer. Den hätte ich auch noch nicht eingesetzt, glaube ich nicht. Da brauche ich. Ja, meine ich. Oha, ich fliege die Lampenwold richtig. Boah. Ey. Oh oh. Oh oh. So. Warum soll ich stumm? Ja, warum sollte ich stumm sein? Ich fülle 2-0, 3-0. So, jetzt aber. Meine Fans halten die schon aus, Sascha. Weil da gar nichts kommt. Ach was. Mit südlichen Nudeltopf und fertig. Ha. Elf Meter für mich, Sascha. Ne. Schwer. Ich kriege eine Beschwerdemeile an die Ecke. Ja, ja. 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 Er ist durch. Er ist durch. Uuuuua. Mach, mach. Mach, mach. Mach, mach. Mach. Ja, eben auch gerade im Hornbeeren im Ruhrpott. Mensch, 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 Mensch. Ah, Mann. Jetzt hat gesehen mit Konnen habe ich den abgeluchzt. Hast du halt gesehen, wie ich mich da zu mich hingelegt hat. Ich habe gesehen, wie du den mal wieder nicht reingemacht hast. Wie viele Torchancen hattest du schon? Nicht viele. Aber man darf für eine gute. Mann. So verrückt werden, sowohl so eine Kühe melken oder sonst was mehr. Ist ja langsam den Faden verloren, glaube ich. Boah. Ja, nehmen wir so mit, Sascha. Ja, nehmen wir so mit, Sascha. Eigentlich müssten wir mal eine Wette machen. Was hältst du davon? Wer am Ende der Saison am meisten gegen den anderen gewinnt? Also der Verlierer muss dann einmal zum Essen einladen, oder was? Ich dachte schon, wir kommen trotzdem auf Kühlmaschine mit Sauentee und so. Nein. Irgendwas cooles. Ja. Ja. Das ist zum Verrücktwerden, weißt du. So tausendprozentige Chancen. Ja. So. 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 Das wollte er jetzt nicht so stehen lassen. Nein, nein. Ja. Hier kann man auch nicht stehen lassen. Warte! Sein Stadard gibt 5 Wartens Handy, glaube ich. Ich hab nur die Zahl irgendwie. Ja, dann ist schon... Ja, ist ja die Spieltagszahl. Ich muss ja korrekt... Oh! Oh ja! Und er ist nicht drin! Oh! Würde ich so mitnehmen, Sascha.